ARGH! ARGH! Baluja, hast du dich ausgeruht? Ja, ein bisschen. Oh! Was? Hm? Da wackelt... Ah! Basti! Flöckchen! Endlich wurde auch Zeit, dass du wieder da bist! Sie hat wahrscheinlich die ganze Nacht drüber hier gewartet. Jaja, das kann gut sein. So, komm her. Oh Mann! Also, schöne Sonne heute. Ja, ja. Hey, lass mal in die Höhle gehen. Äh, keine gute Idee, Baluja. Warum? Was soll denn das sein? Ach, hier ein so'n Oger. Ja, davon hab ich doch keine Angst. Basti, bitte. Baluja. Guck, die machen doch nichts. Ja. Aber das sind noch mehr, Baluja! Wo? Da! Okay, 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 lassen wir das. Das ist eine dumme Idee. Lalalala, lassen wir das. Wie viel sind denn das, bitte? Ich weiß nicht. Zehn? Da hinten muss etwas wertvolles sein, Baluji! Wir müssen da jetzt rein! Oder? Nein. Ja, mach du, geh du vor. Ich komm dann hinterher. Oder so. Du hast den Flugstab. Geh mal irgendwie da rein. Nee. Doch. Ah! Au! Au! Oh, okay. Die können nichts. Die können nichts. Los, Baluji, komm! Au! Ah! Von wegen, die können nichts. Die können wirklich nichts. Die machen alles kaputt. Die machen alles kaputt. Ah! Okay, Basti, Basti, Basti. Nein, 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 nein. Wir haben's gleich. Alter, das sind... Aber da sind so viele. Das sind richtig viele. Oh Gott, ich bin fast tot! Baluji! Nein, lass uns weggehen. Huiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui fliegen das letzte mal hast du noch gesagt man sieht den weg von oben nicht ja aber hier ja hier ist wieder weg wo bist du jetzt hingefahren ja hier führen viele wege in die berge vielleicht hier irgendwas schön jetzt wirklich schön aber ich meine jeder weg muss doch irgendwie hinführen basti vielleicht sollten wir einfach mal folgen hier oben ist irgend so ein komischer platz ist schön hier ja hier oben ist schön und hier schau mal sie dir mal hatte die lämchen vorsichtig landen ich lande das sind acht das sind aber nur zwei drei steinchen ja ja ich dachte es mir gefällt die landschaft hier extrem schön muss ich einfach mal sagen ja auf jeden fall also sowas schönes schon lange nicht mehr gesehen ich will jetzt mal wirklich den weg hier entlang okay ich fliege der war heimlich hinterher ja ja auch schauen wir hier felder was los sie nur es gibt es gibt es ich habe es doch gewusst basti lassen wir bitte mit den drachen vor der stadt landen nicht dass die angst kriegen die dorfbewohner meinst du ja ich weiß nicht ob sie drachen kennen so weißt du ja okay das stimmt dass das allerdings recht wenn ich bin ich bin gelandet und warte mal ich schaue mich hier gerade mal ein bisschen um hier sind irgendwie gar keine leute wo bist du schon reingegangen ich sehe dich nicht stehe jetzt genau im stadttor ein bisschen hängst ich höre dich essen ja ich bin auch hier siehst du mich nicht aber da hinter dir da bist du ja okay schau mal wie hier sind keine leute bist du blind ja okay das sind ganz viele leute die sind alle irgendwie seltsam also wir sind nein unsere rüstung was denn was denn die deine rüstung aus mann warum ich glaube ich bin das hier nicht auch mann ich bin ich bin jetzt lieber ein normaler mensch bin ein Musiker hallo ich bin ein Gaukler und ich habe Leute mit Schwertern ich bin ein Gaukler ich habe eine lustige Verkleidung an ich bin ein Drache ein kleines Fräulein ich fress dich gleich Oh nein ich hab's zum Heulen gebracht mal Louis Tut mir leid sorry Oh hier ist was zu trinken Oh endlich was anderes als Salzwasser Stimmt Du hast Salzwasser getrunken du Trottel Ja was sollte ich machen hätte Durst Salzwasser darf man nicht trinken Wer sagt das hat mir keiner gesagt Das darf man einfach nicht machen Oh hier kann man auch Du kannst nicht irgendwo rüber ran Ich schau mich hier um Aber du kannst mit anderen Leuten ausgehen Wow aber hier hast du einen richtigen Überblick so über die Stadt Oh ne Katze Wo ist was jetzt hin bist du hoch Ja ja Ganz hoch Ich bin auf den Dächern der Stadt Sag mal Wir sind hier zu Gast und du hast nichts Wo bist du denn bei Louis Hier sind nur Schießschatten die kann ich nicht auf die Dächer der Stadt B Louis wo bist du Verdammt wo bist du denn hingewacht Da bist du Komm hier hat man einen schönen Überblick Schau mal hier gibt es größere Gebäude Ja Lass mal hier weiter gehen Lass mal hier rum gehen Ich weiß nicht hier Über die Dächer erziehen Haben wir kaum aufmerksam Also da werden die nicht neugierig Wer wir sind Weil sie uns nicht sehen Ja die Wenn du meinst Dass das immer so einfach ist Tja Hallo ihr komm Hier ich hab dir Steine runtergeworfen Du Okay hier scheint ein Anscheinend ein gehobeneres Viertel zu sein Irgendwie sind die Steine nicht bei mir angekommen Ich hab noch andere Ich nehm was das hier Glaubst du die nicht bei dir angekommen Ach Ball Weiß ich nicht Vielleicht sind sie rumgefallen Ach Ja Okay Guck mal Hier könnten wir uns abseilen Hier komm mal Kommst du Ja Sieht nicht da noch aus Da da Ich bin auch noch Das nennst du abseilen Wow du bist Oh Ich seh mal hier Bücher Und da ist ein bisschen was in der Kiste Aber Dann lege ich mal Ich schenke den Leuten mal hier was von mir Von wegen gehobener Viertel Hier ist auch alles grün voll Moos Ja Du weißt es hier die Leute Das auch nicht immer sauber zu machen Huch Okay Hier ist ne Wache Hallo Ja was machst du denn auch Ja hallo Ich bin äh Ich komme hier aus der Stadt Ich wohne hier Oh Hallo Ich erzähl dir einen Witz Das gefällt dir Der Wache Vielleicht solltest du Das mit dem Baden noch mal probieren Mit was Mit der Musik Ich hab ihr die Hand geschüttelt Ähm Ja Äh Ich flirte mit dir Oh Hey Baloui Sie mag mich Leisha Hi Ähm Basti Wir haben was wichtiges zu tun Als Frauen Denk dran Ich habe meine Freundin Da bei dem Drachen Bei dem Oh sie läuft weg Ich hab's verkackt Baloui Nein Okay Denk dran Ich hab meine auch zurückgelassen Da bei dem Stimmt Bobby the guard Okay was ist das hier Oh ne Schmiede Hey Huch Hupala Hey du Na Oh Huch Ups Hm Was ist das für ein runder Turm Da oben Der interessiert mich Warte doch Schau mal hier Das ist Eine Kathedrale Schau mal Das hier soll eine Kathedrale sein Jaja Guck mal Stimmt Ja Guten Tag Guten Tag Ich bin jetzt der Priester Komm da weg Ich heiße euch hier Nein Baloui Ich heiße euch hier willkommen In der Kirche Der heiligen Drachen Guck mal Wo hast du den her Den habe ich noch bei mir gehabt Von dem einen Ach Aus dieser roten Dimension Ich weiß es nicht mehr Nein Keine Ahnung Ah doch 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 Ich glaube Da hatten wir den Da habe ich mitgenommen Ja Stimmt Ja Sehst du mal Was ich alles aufbewahre Aber guck mal Da hat das runde Ding Ich will ja wissen was da drin ist Du magst runde Dinger Was Hä Was ist da drin Ja wer mag die nicht So Wow Hm Aber ich finde Oh hier ist sogar ein Hafen Mitten im Schiff Vielleicht Oh Kommen wir damit zurück Vielleicht können wir dann Das magisches Pot Alles ist ein blödes Schiff Ja Es muss doch eine Möglichkeit für uns geben Einfach zurück zu kommen Also Schau mal doch mal oben nach Was da ist Baluin im runden Ding Ich bin schon drin Äh da ist nix Ja Ja da ist ja wie erst mal eine Treppe Ja Also Ich bin doch schon oben Hä Du Du Hä Du Mistkerl Guck mal Man kann hier reingucken Baluin Und dann seht man Ganz Weiß Aber nur blau Äh Du hast recht Wer kommt denn auf die Idee Einfach Was blaues dahin zu machen Baluin Was hast du gefunden Das da Aber da ist nix drauf Ist da bei dir was drauf Na Nein Warum funktioniert das nicht Sowas hatten wir doch schon mal Ja Komisch Komisch dass die hier nicht funktionieren Ist das nur eine gewesen Ja Was machst du Was machst du Schau mal Okay Also da ist dieses eine Schilfe Und da hinten ist nochmal ein großes Haus Ich bin dafür Da gehen wir hin Nein Entschuldigung Ich hab dich angestupst Oder nicht Ich bin gesprungen Oh ich dachte schon Haluin Aber Das ist ja alles hier so friedlich Es ist nichts zerstört Sie ist auch komplett Also ich finde Sie ist auch ein bisschen seltsam Die Stadt Also Gut Wir kennen keine anderen Städte Ja Wir kennen diese Geierbesätze Stadt Stadt der Elfenfuzzis Und Ja Guck mal Hier kommt man rein Nein Warte mal Lass mal vorne reingehen Lieber Oh Ein schöner Garten Sicher dass wir hier rauskommen Ja hier guck Ähm Ah ok Baloui Hier scheint der König zu sein Aber der ist außer Haus König außer Haus Das Meinst du wir dürfen dann da rein Soll ich gehen mal rein Hallo Na ne Wenn er außer Haus ist Brauche ich nicht Hallo Basti Ich hab Angst Sie mal hier ist ein Thron Ja Basti Ich weiß was du vor hast Komm nicht auf blöde Ideen Basti Nein Basti Axt G Hiermit Ernenne ich mich zum König Nein Du tust gar nichts Geh runter da Geh runter da Was wenn es einer hier sieht Ja ok Trotz ein Pfeil im Knie Also Na dann Äh Wir haben Also in dieser Stadt Gibt es nichts besonderes Also Baloui Wir können hier eigentlich abziehen Oder Ja was weiß ich denn Also Ist auf jeden Fall Merkwürdig Na Lass mal Pass mal auf Sieh mal bitte dich um Hier sind keine Dorfbewohner Ich denke wir können hier mit den Drachen starten Warte mal Ich mach hier ein bisschen Platz Und Oh oh So Oh sieh mal da ist aber noch so ein Gebäude Oh so In welche Richtung Ich weiß es nicht Zeigst du mir wo lagen Ich weiß nicht Wo Wo bist du denn Ich bin hier bei den Kornfeldern über der Stadt Doch auch Ich seh dich nicht Wie hoch fliegst du Äh Nicht hoch Sehst du mich Nein Ich hab aus Versehen Auf die Dings drauf Hä Ich fliege gerade tief Ich bin jetzt bei Ja dann wirst du da hinten Ja hier sind mehrere Kornfelder Jetzt seh ich dich Komm mal Ja genau Hier ist ein Steinbruch Baloui Lass weg hier Lass weg hier Die Klappe ist ein sauer auf mich Flieg mal los Ich flieg da hinterher Oh Baloui Wo führst du uns denn hin Ach es tut mir leid Du hast ja ich soll vorfliegen Ich bin einfach gerade ausgeflogen man Wenn du das ja auch nicht mit der Stadt verbogen und vermiest hättest Aber hier ist doch auch schön oder Richtig hohe Berge hier man Ja Und schon wieder Schnee Ach da bist du Was hast du denn für ein riesen Ding Hier sind Da muss ich drüber Ja Da rüber Was die da ist Vorsicht Vorsicht Was ist da Lass uns mal Können wir hier irgendwo am Rand landen Warte mal Ich flieg da Oh Gott Wie schön Da unten ist ganz viel Lava Baloui Warte Warte Oh Gott Sollen wir unten reinfliegen Nein ich lande hier mal Ich versuch zu landen Aber irgendwie lässt Flämmchen das nicht mit sich machen So ich bin gelandet Baloui Na Flämmchen lässt Oh mein Gott Oh mein Gott Baloui Wie tief geht es hier runter Da ist überall Lava Nein Flämmchen ist das zu kalt hier Ach Flämmchen Ach verdammt Basti vielleicht sollten wir da einfach runter Meinst du Das sieht spannend aus Ich warte hier Ich muss mir das genauer anschauen Ja ich warte das Flämmchen wieder landet Dann Gucken wir uns das vielleicht morgen in Ruhe an Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal.